Das sieht fast so aus. Oh, wieder Stöpseln. Okay, wieder nur zwei. Müssen wir da oben rein, oder? Stimmt. Ja, ja, doch, muss oben. Oben kommt's ja raus. Und ich halt mich fest und dann... Ich hab gesagt, ich halt mich... Scheißenbrech, ich seh noch gar nicht. Ich komm nicht dran. Ja, ja, gut. Was machen wir jetzt? Müsste ich festhalten, oder? Ich muss mich weiter hier festhalten. Das ist aber auch weit auseinander, ey. Boah. Ich muss mich gleich mit... ...n bisschen Schwung supporten. Warte, wir machen noch drei nach rechts den Stick. Eins... ...nein... ...zwei... ...drei. Nee. Scheiße. Vielleicht ein bisschen anders fahren, aber vielleicht werfen irgendwie? Ja, also... ...klar, werfen, aber... ...jetzt... Oh, ja! Einen brauchen wir dann auch noch. Ich frag mich, ob wir das irgendwie mit abgetrennter Hand irgendwie... Ja, doch! Wenn ich jetzt abtrenne... Ah, ne... Doch! Ähm... Lass mal los. Und nimm mal meinen abgetrennten Arm. Huch! Wann ich jetzt irgendwie da oben? Kann man da irgendwie näher? Warte, warte, warte! Warte! Ich geh' einfach weiter. Tschöööööö consequences signs. Warte, ich werd' den einfach jetzt von hier hinten da ran. Easy peasy. Oh, dann hast's so... Alter, MANN! wie soll das funktionieren von oben kommen wir auch nicht kann es auch vergessen die müssen wir wahrscheinlich haben glaube ich zusammenhängen was kann ich mir nicht erklären dass du wirklich den hier nimmst du nimmst den stöpsel und ich muss einen anderen armen ende nehmen wir sind so lang hier muss doch gehen müssen wir in die richtung die rolle mit der fliegt doch der hat sich gerade aufgelöst das wird gefährlich dafür nicht dran kommen jawohl geil das kann nicht wahr sein das ist doch ein witz das geht gut das ist doch ein fucking witz alter mann scheiße das ist ein dreck voll die angellt Schade. Scheiße. Alter. 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 Jawoll. Nein. Scheiße. Jawoll. Hä? Scheiße. Der war doch drin. Der war über der Linie. Hab ich genau gesehen. Oh Alter. Jawoll. Vorsicht, Vorsicht. Jawoll. Jawoll. Ich weiß gar nicht ob wir überhaupt noch einen brauchen. Egal wir gucken einfach. Komm jetzt müssen wir uns wieder vereinigen. Stimmt kann doch sein dass wir gar keinen mehr brauchen. Doch da oben oder? Ach du Scheiße. Wie sollen wir das denn machen? Genau. Genau. Sehr gut. Warte mal den brauchen wir gar nicht eigentlich. Oder müssen wir den mitnehmen und dann da rüber quasi. Das würde mich sehr wundern. Wenn wir den jetzt anwarten drüber. Werf den mal rüber. Ok ok ok. Komm wir gehen gucken. Den müssen wir aber trotzdem mit abnehmen. Oder? Warte mal. Ich weiß es nicht. Oh Leute den müssen wir gar nicht. Tatsächlich hier geht es wieder so. Ne ich glaube auch dass wir den. Also wenn wir den hier rüber balancieren müssen. Dann weiß ich auch nicht. Vorsicht Vorsicht Vorsicht. Oh Leute los nicht sterben. Los nicht sterben alter. Warte. Nehm dich ab. Ich schmeiß dich. Hä? Hä? Ja siehst du das passiert bei mir irgendwie auch immer. Ok. Sehr gut. Nice. Man muss wirklich warten bis einfach der das Maul öffnet quasi. Die Frage ist wie komm ich da jetzt wieder dran. Ja Hände oder was? Also du musst halt quasi. Oh nein. Nein 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 mach keinen Scheiß alter. Aber das ist doch. Das muss doch irgendwie besser gehen. Als immer dieses Millimeter-Spiel da vorne. Ich versuche mich mal hier rüber zu schwingen. Da war ein. Da war ein Checkpoint. Wenn ich in den Checkpoint komme dann haben wir es. Dann haben wir es. Echt? Geht das nur mit Arm? Warte 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 warte. Aber was mach ich denn da? Oh oh. Oh du sollst jetzt quasi schwingen. Oh ehrlich nein. Oh nein. Wow das ist ja mega easy. Oh nein. Das ist ja mega easy. Oh. Alter und wir haben es die ganze Zeit auch bei dem anderen. Warte ich muss mehr mal was zu können. Ich bin gleich wieder dran. Ja. Ey das gibt es doch wohl nicht. Danke Melly. Ey. Wer hätte das gedacht das das so einfach doch ist ey. Holy shit. Ja das gibt es doch nicht. Ey wir trinken uns ein. Tickler Lady zu Ehren nochmal. Die hat ja eben den Wassermarsch. Den Maut gemacht. Der muss gleich mal Wasser holen wenn das so weiter geht. Warum einfach wenn es auch kompliziert geht. Exakt. Der Melly hat mich schon aus manchen ähm. Spielen rausgeholt. Oh oh. 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 No. Okay ist ja. Ist ja Checkpoint aber holy shit warum. Fallen wir gerade in Richtung Lava. Das war ja so einfach. Einfach first try. Direkt. Warte Marco ich bin doch nicht. Ja ja alles gut. Ich wollte das nur schon mal in Stimmung bringen. Oh ne schon wieder diese Scheiße ey. Hä. Okay okay. Jawoll. Ohhhh. Ja das ist dieses. Rum kommt man immer. Nur dann fällt man immer instant da rein. Die. Spalte des Verdauens. Der Herbens. Wie kann man. Man muss das doch irgendwie vorbeugen können. Oh das Overday ja. Richtig. Sorry. Wir dürfen nicht direkt in diese Luke rein. Wir müssen irgendwie links bleiben. Ja das Spiel triggert aber an manchen Seiten so sehr ne. Oh mein Gott. Ach du heilige Scheiße. Nein. Ich kann nicht weg. Ich häng im Ding. Oh nein. Fridays should have been. Nein. Nein relationships. Sei es. Aber nein. Nee Volker. Oder gar nicht nie. Na dann da dran. Nein du musst die fest halten. Oh nein. Oh. Oh nein. Deine ist da bloß. Jawoll! 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 Oben lang, oder? Ja, müssen wir, glaube ich. Sicher? Hier wird's mir gefährlich. Gefährlich! Hallo! Ich glaube, wir müssen unten lang, das ist einfacher, glaube ich. Aber wenn das Zeug da rausspült... Jetzt übertreiben sie halt aber auch komplett mit den Rädern, man. Wollt ihr mich verarschen? Vollgedrack plus Säure plus gleich kommen noch die roten Viecher dazu. Links, links. Ich raste aus. Ich schlag gleich alles kaputt hier. Es dauert nicht mehr lang, dann nehme ich diesen fucking Kopf und steck den mir einfach um. So, was weißt du? Ja, jetzt aber. Ich glaube, wir müssen in Lazy. Die lange Lazy noch beginnt jetzt. Was eine Bullscheiße, Mann! Mach! Scheiße, wenn ihr leckt das auch immer jetzt. Komm! Mit Gefühl! Das gibt's ja nicht. Genau an dieser Stelle krieg ich solche Verbindungsprobleme ab und zu. Oh! 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 Hatt' ich fest! Warte, warte! Oh! Oh! Was ist das? Oh! Ich hänge! Warte! War so oben lang, ja? Ne, ach, du wolltest da unten oder nicht? Ne, ich glaub, oben ist glaub ich wirklich besser. Oh! 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 Was los, was los! Oh, ich muss weg! Absterben, absterben, jawoll! Sehr gut! Da oben, ja, da! Halt' dich fest, halt' dich fest! Halt' dich fest! Oh ja! Oh mein Gott, Alter! Ey! Oh ja! Oh ja! Geil, Mann! Oh! Der Finger ist wund, ey! Ey! Holy shit! So wie irgendwie der Kopf! Das ist doch ein Boss! Ein Lied von Säure und Knochen! Oh mein Gott! Das ist doch ein Boss! Oh! Hey, hui! Juhal! Juhal! Wir sind beim Boss, Alter! Oh! Der Rattenkönig! Ich hab auch'n Arme, Junge! Der Rattenkönig! Das ist Klinkeln, Alter! Hä? Wir sind dem Soldaten, naja. Nature ist auch dabei. Alter, wieder hat's weg. Wieder so zackig in den Beinen. Ach du Scheiße. Oh ja, wir dürfen wieder Pinball spielen, Leute, auf geht's. Wo ist der andere Arm? Wo bist du? Na ja, ich weiß nicht. Oh, wir müssen das schneller durchführen, ne? Oh fuck, okay. Das steigt, das steigt. Fuck. Hast du? Nein. Scheiße. Alter, das ist mega nice. Okay, das... Oh, okay. Ach du Kacke. Schneller. Los. Nein. Come on. Oh, jawoll. Nehmen wir. Boah. Boah, das ist voll schwer. Alter, das ist richtig schwer. Jawoll. Jawoll. Lol, was? Ich muss schon sagen. Deiner, deiner, deiner. Da ist ein Teufel, ne? Vorsicht, vorsicht. Oh, lol, gut. Oh ja. Okay, warte mal. Und in die Rosette links. Jawoll. Scheiße, das bin ich. Oh, oh Gott. Oh, oh, oh. Halt die bitte. Oh Gott. Halt fest, halt fest. Für das Glück unserer... Oh Gott. Oh Gott. Für den... Für den... Denk dran, was wir alles schon durchgemacht haben. Komm! Scheiße! Ah, ey. Scheiße, Alter. Kacke. Och, come on. Oh, Leute. Oh, direkt rein da. Scheiße, ey. Das ist echt krass. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ach, come on. Come on. Wenn das beim ersten Mal sitzt. Oh. Och. Och, komm. Alter. Mach uns stolz. Mach uns stolz. Mach uns stolz. Fuck. Och. Och, komm. Das ist so ekelhaft. Och, komm. Hm. Alter. Ist doch nicht euer Ernst. Mit Zeitdruck ist halt... Oh. Schade. Schade, 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 ey. Jawoll. Oh. Alter. Ist doch drin. Und dann habe ich noch so Legs manchmal. Ja. Alter, der rosetten Furze. Jawoll. Nice. Nice. Und wie häng ich denn jetzt? Hey. Nehmen sie die Rosette. Nehmen sie die Rosette. Undje? ioni. Scheiße. pope. Entsch transpose. Figaro. Oh nein. Fuck! Alter, das ist so krass. Wow. Das ist so krass, man. Das ist richtig schwer. Das ist echt. Holy Shit, ey. Wir können uns irgendwie einen Fehler erlauben oder so. Amadeus im Hintergrund so letters unload. Echt? Da hinten. Ey, wie soll ich denn jetzt so schwimmen? Jawohl. Nice. Scheißen, Dreck. Oh, wo? Lol. Mega. Mega, mega, mega. Oh, nee, ist gut wieder raus. Oh, was ist das? Ruhig, 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 alles gut, alles gut. Alles ist gut. Fuck. Alter, ich will hier irgendwie rumzappeln, einfach. Oh, lol. Jawohl, komm. Und schnell. Alter, der macht einfach alles alleine. Alter, das ist voll schwierig, rauszukommen, sohn. Der macht einfach alles alleine, Mann. Oh, nice. Jetzt haben wir's. Scheiße. Scheiße. Nein. Alter, wie schnell bitte. Warum spielt man sowas? Weil's lustig ist. Also, beantworten wir mal der Frage, warum nicht? Das ist super, das Spiel. Das ist mega nice. Oh, lol. Oh. Man muss früher loslassen als gedacht, das hab ich gelernt. Ja, ja, genau, genau. Perfekt. Oh, fuck. Scheiße, da kommen die mehr dran. Nice. Gut, und wer kommt auf sowas? Ja, Leute, die halt spielen. Oh, hast, hast, hast. Nein, scheiße. Ja. Nice. Komm. Nein. Komm, wir sind fast da. Wir sind fast da. Oh, nein. Das ist so oben, wie so eine Schiene, weißt du? Oh, nein. Oh, fuck. Ey, das ist weg, die Scheiße. Alles klar, gute Nacht. Schade, Mann. Komm, wir besiegen alle. Ich hab dann so, nur noch so wenig FPS, ey. Und dann ist es unmöglich, nicht präzise rauszuhauen. Sowas wie das Greifen ist, ich, so wie gerade jetzt. Ich krieg's da nicht gedriffen. Und dann hab ich plötzlich nur noch so 15 FPS. So wie jetzt. Oh. Kann man nicht direkt neu machen hier. Das ist ja auch ne eh nie mehr. Doch, 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 doch. Nice. Yoi. Ich sage, du musst einfach alleine. Er macht wieder Knoten. Oh, das ist so eine Wichse. Sorry. Boah, mega leck. Ich seh nix. Oh, fuck. Haben wir, haben wir. Jawohl. Hä? Oh, Gott. Ja. Zack. Es geht noch weiter. Ist deiner. Oh, Leute. Ach, du Scheiße. Wo kommt der Arm? Bin ich das? Nicht Knoten. Nicht Knoten. Was? Bin ich auch? Oh, lol. Werf ihn zu. Nein, 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 nein. Nein, nein. Alter, wie soll das denn gehen? Ich bin dieses Rosen, Alter. Ich bin so hart angespannt und versuchen das zu schaffen und es furzt die ganze Zeit. Es kloppt die ganze Zeit. Es ist so gekloppt, ey. Ach, Drecks. Ja. Schön. Alter. Oh, was? Das ist so unfair. Ja. Oh, nein. Jawohl. Okay. Ja. Warte, vor sich. Vor mich, vor mich. Und jetzt. Oh, Gott. Oh, Alter. Okay. Jawohl. Ach, du Scheiße. Ja. Oh. Ja. Ja. Wir haben es geschafft. Oh, mein Goodness. Oh. Oh. Ey. Was ist denn jetzt hier los, Alter? Wir haben jetzt echt mit dir etwa alles hier. Haben wir es geschafft? Was ist passiert? Also, für immer. Ich weiß nicht, was passiert ist, gerade ich. Wieso draußen? Alter. Okay, wir hatten das Laden. Canyon 1. Ach, du heilige Scheiße. Guck mal, wie lange geht denn dieses Spiel? Das ist erst der Anfang. Ich weiß nicht, wie lange geht denn das Laden. Ich weiß nicht, wie lange geht denn das Laden. Ich weiß nicht, wie lange geht denn das Laden. Ich weiß nicht, wie lange geht denn das Laden. Ich weiß nicht, wie lange geht denn das Laden. Ich weiß nicht, wie lange geht denn das Laden. Ich weiß nicht, wie lange geht denn das Laden. Ich weiß nicht, wie lange geht denn das Laden. Ich weiß nicht, wie lange geht denn das Laden. Ich weiß nicht, wie lange geht denn das Laden. Ich weiß nicht, wie lange geht denn das Laden. Ich weiß nicht, wie lange geht denn das Laden. Ich weiß nicht, wie lange geht denn das Laden. Ich weiß nicht, wie lange geht denn das Laden. Untertitelung des ZDF, 2020